Ist das nicht schön? Die Sonne, das Vogelzwitschern, die aufblühende Natur. Der Frühling ist da. Was macht ihr im Frühling am liebsten? Wenn die Tage wieder länger und wärmer werden, sind wir gern draußen unterwegs. Die Bewegung an der frischen Luft genießen, ein bisschen durch die Stadt bummeln und das erste Eis des Jahres probieren. Mit der Familie geht es auf den Löwepfad oder bei einem Spaziergang um den Stadtgraben wird die aufblühende Natur bewundert. In der Tourosinfo könnt ihr euch auch E-Bags ausleihen und eine Runde drehen. Und natürlich macht bei gutem Wetter eine Stadtführung auch gleich nochmal mehr Spaß.